Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 600 Euro Gaming Computers Juni 2014. Als Prozessor der Intel Core i5 4570 mit 4x3,2 GHz. Er hat einen Turotakt von 3,6 GHz, 84 Watt TDP und eine integrierte Grafikeinheit. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Gameslogger aus und sollte für Gamer die nächsten 2 bis 4 Jahre die Chaos reichen. Und als Kühler der Arctic Cooling Freezer 7. Er ist dabei, da der mitgelieferte Prozessorkühler recht laut ist und damit der Prozessor sein Turotakt durchgehend halten kann. Und dann als Mainboard das der S-Roc B85M Pro 4 mit dem Intel B85 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, ein 7.1 Soundchip und am I.O. Panel 4x USB 2, 1x PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und 5 3,5mm Klinken sowie ein TOS-Klink für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 8GB Crucial Ballistic Sport, DDR3 1600 und CL19 recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Channel-Modus benutzen und 8GB sind für derzeitige Spiele mehr als genug. Als Festplatte die 1TB Seagate Desktop-HDD. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sollen für die meisten unter euch die Chaos reichen. Dann als Grafikkarte die 3GB Sapphire Raiden R9 280. Mit ihr kann man alle derzeitigen Spiele auf mindestens mittleren Einstellungen flüssig spielen und sie sollte recht leise sein. Außerdem gibt es von AMD noch 3 Spiele gratis dazu. Als Netzteil das 450W BeacWide System Power 7. Es hat 80 plus Silber, was sehr energiesparend ist und 450W sind mehr als ausreichend für den PC. Man hat also noch etwas Luft nach oben. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung und als Gehäuse das Zalman Z1. Es ist etwas schlichter und hat schon 220mm Lüfter vorinstalliert, aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als für einen Monat ist, bitte in die Beschreibung schauen oder auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führte ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.